Hallo ihr Lieben! Auch diesen Montag gehen wir gemeinsam in mindestens sieben Städten Mecklenburg-Vorpommerns für die Abkehr von der Angst- und Panikpolitik auf die Straße. Leider ist es ab 1. Dezember notwendig, bei Versammlungen eine Mund-Nase-Bedeckung im Freien zu tragen. Dazu eignet sich in dieser Jahreszeit auch ein Schal. Stellt ihr euch auch folgende Frage? Wenn hier angeblich ein hoch ansteckendes Virus sein Unwesen treiben soll, warum gilt der Lockdown in vielen Bundesländern erst ab Weihnachten? Wenn die Regierung es gut mit uns meint und Menschenleben retten will, warum ist man da nicht konsequent und führt sofort einen knallharten Lockdown durch? Warum erst in zwei Wochen? Immer mehr Menschen können die absurden Maßnahmen der Regierung nicht mehr logisch nachvollziehen. Also, schließt euch an und geht mit uns gemeinsam in folgenden Städten wandern! Das Wandern ist des Müllers Schluss, das Wandern ist des Müllers Schluss, das Wandern! Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern ist des Müllers Schluss, das Wandern ist des Müllers Schluss, das Wandern ist des Müllers Schluss, das Wandern ist des Müllers Schluss. Und denkt dran, für jede Maßnahme gibt es eine Lösung. Und dann geht's das Wandern. 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 Untertitelung des ZDF, 2020